Die Anzeige ist leider weg. So noch vier oder so solche komischen Halsketten. Das werden wir schon hinkriegen. Ja und ich brauche auch eine kleine Sache, die ich noch gar nicht weiß, ob sie im finalen Video drin ist. Ich habe mal zwischenzeitlich eine Webcam da. Also ich nehme mal meine Hackfresse mit auf und packe das vielleicht, wenn mir die Qualität passt, wieder ins Video rein. Also das wird jetzt dann in diesem Video sein und in den nächsten Zweien. Danach ist die dann schon erstmal wieder weg, aber dann schaue ich mal. Dann vielleicht überlege ich mir dann, je nachdem wie viel Arbeit mir das dann macht. Ja, das dauerhaft zu tun. Oder doch erstmal drauf zu verzichten, weil ich habe selber eigentlich noch gar keine Webcam. Das ist auch nicht meine. Aber die ist halt jetzt zufällig hier bei mir. Oh, da kann ich aufmachen. Da kann ich doch mal aufmachen. Gehen wir doch mal gucken hier. Mensch, mein Lieber, du riechst immer nach dem Video. So, da geht es auch runter. Jo, hm, okay. Oh, eine Kiste. Ein bisschen Schwerter, ein bisschen Vitar. Alles eher so Bullsachen. Also, naja, was heißt das? Das Vita, ich blubber einfach nur ein Blödsinn. Wie sich das gehört. Da unten ist dicht. Ah, nein, da ist nicht ganz dicht. Aber hier ist dicht. Da drüben ist noch was. Kann ich da... Ist das da möglich? Nur freilich ist das möglich. Man muss bloß hüberen. Haha, die anderen rutschen da runter. Sehr schön. Ja, ich bin da jetzt für ein bisschen Gold hier gegangen. Uhu. Er braucht Leitern, wenn er klettern kann. Jo, da ist jetzt gerade irgendwie nicht viel los hier, oder? Also so ein bisschen so ein Kram. Hm. Na gut, machen wir hier mal einen Ruff. Schauen wir mal. Da durchs nicht vorhandene Schlüsselloch. Ja, Meister, du bist echt gut. Noch mal so ein Kistchen. The last word. Arr. Er wird sich sehr erfreuen, die ich nicht mitnehme im Moment. Oh. Hallo, Toons. Oh. Da, schau her. Da hinten sind ein paar. Hier ist es dann auch wieder etwas farbenfroher. Was passiert, wenn ich da runterhüpfe? Wahrscheinlich der Tod. Da kann ich... Ja, auch runterfallen. Ne, das ist sogar wahrscheinlich so gedacht, dass man da laufen kann. Ich lasse das mal. Fürs Erste. Irgendwann hüpfe ich da schon noch hin. Na, da hinten ist so ein roter Wicht. Da kann ich rüber irgendwie... Ach, dann mache ich das doch gleich. Dann komme ich hier runter. Dann komme ich hier rüber. Warum sollte ich da runter? Nein, komm, ich mache jetzt erst mal hier oben. Ich mache jetzt erst mal hier oben sauber. Bam. You bitches. So. So, und dann schön von hinten. Ach, falschen Knopf gedrückt. Geflixt. Ich wollte eigentlich Tiger Uppercotter. Na gut, den nehme ich jetzt auch was mal mit. One down. You're all shattered like glass. So, sind wir hier durch. Schaut so aus. Der grüne Spass da hinten hat es noch nicht ganz gemerkt. Alles cool. War hier noch einer in die Höhe. Hier war keiner mehr. So, komm, den hole ich mir jetzt. Der Blödel. There you go, Uppercotter. Oh, Drecksau. Oh, da bist du geplatzt. Sehr schön. So, da, ah ja, genau, solche Seals. Ja. Das sind keine Navy Seals, das sind Emerald Seals. Die sind halt was Besonderes. Die sind halt hübsch. Nicht muskulös, nicht tödlich. Einfach hübsch. Vielleicht. Schauen wir mal. Eher was Magisches. So, warum ist jetzt hier so ein lila Crys? Bin ich nicht von hier gekommen? Nö, oder? Oh, yes, we might. Was ist denn das hier? Ist das einfach nur Zierde? Scheint so. Bling. 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 Oh, halt, halt. Hier an der Ecke. Da haben wir es gefunden. Sechs von neun. Na, das ist aber schön. Ja, jetzt schaue ich mich hier oben mal noch schnell um. Ja, komm, mach ran. Examine. Epitaphs for the lost. Neatite's script preserves a final epitaph for the fallen. Fire stirred, even an impatient heart, but she would not be moved. Siona, Falundin, in a sal enaste. Ja, weiß der Bescheid. Arrows along the spine. The child cried, sheltered by his form. Talim, Falundin, in a sal enaste. Ja, ich hoffe, jetzt habt ihr verstanden. Falundin, das war doch einer dieser elvischen Götter, richtig? Richtig. Richtig oder falsch. So, mach mal auf, Meisterlampe. Obwohl, eigentlich ist sie ja jetzt Meisterlampe, oder? Ja. Dummes Geblubber, um ein wenig Zeit zu überbrücken. Übrigens wäre es ja besser, wenn ich ab und an mal die Fresse halte. Weil, das macht das Nachbearbeiten des Tons ein bisschen einfacher. Je mehr Stille da drin ist, umso weniger. Muss ich gucken, was ich denn eventuell rausschneiden muss. So, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Kacke. Hm. Ja, ich tue ja dann immer so Nebengeräusche raus. So, so ein bisschen Husten, ein bisschen Räuspern. Vielleicht ein bisschen Fatschen, wenn ich mal mit der Zunge schnall, so. Oder so. Und wenn ich weniger rede, dann ist einfach, jo. Das Video ist ja genauso lang, aber es ist halt weniger Kommentar, den ich anfassen muss. Auf den ich achten muss. Ach du Scheiße. Boah. Ja, ich sollte vielleicht mal lieber hier auf Klippen achten, nicht wahr? Ja, aber sag mal, wie groß ist denn dieses Teil hier? Das ist ja Wahnsinn. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ähm. Gehen wir mal rechts. Nein, das hat nichts mit meiner Gesinnung zu tun. Überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Uh. Hier ist ergeblich was. Na, der ist dann wahrscheinlich hier drin. Sieben von neun. So. Ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig. Uh. Ah, wie gruselig. So eine blöde Schurke, hä. Hab ich den zerlegt. Geil. Uh, der hat mich jetzt schon ein bisschen erschreckt. Ein bisschen. Ja, da schimmert so ein bisschen der Hintergrund durch. Hab ich schon gedacht, da kann ich jetzt mit Blackwall mal dagegen treten. Aber nö. Okay, also so. Da ist jetzt abgesucht. Dann biege ich hier mal, ja schon wieder rechts ab. Ist doch ein bisschen auffällig jetzt mittlerweile, oder? Ach, nö, ich sag bloß, ich bin jetzt hier nicht mehr raus. Naja, doch. Gute Frau, bitte gehen Sie zur Seite. Hallo. Uh, die Emerald Knight. Wo ist er jetzt in der Arsch? Ist egal, der ist schon weg. Oh, ihr hattet nur ein bisschen Gold. Jetzt hole ich mir mal... Nein. Du? Auch nicht. Ah, du. Ganz klar. Ah, das war doch gar nicht das letzte. Ich dachte, das ist es schon gewesen. Ist jetzt hier noch irgendwas? Was? Energisen brauche ich nicht. Ich habe hier schon eine Flamme. Okay, warte mal. Ich mache es mal so. Ich mache hier mal an. Vielleicht bringt das hier noch irgendwas. Ich mache das auch an. Ja, das Ding da... Ach, halt, da ist noch einer. Vielleicht löst das hier irgendwas Magisches aus. Oder vielleicht auch nicht. Ah, ja, da muss ich dann als letztes hin. Alles klar. Dann muss ich noch dieses blöde letzte Ding finden. Ach, nee. Ah. Optische Täuschung. Oh, da. Oh, weg ist er. Und fertig. Und fertig. So, warte mal. Wofür? Warte mal. Hier? 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 War ich hier schon mal? Oh, hier war ich noch nicht. Frey, faltering in the darkness. Though imperfect, her voice abarm. Andrale, Falondin, in a sale, in a ste. Oh. Ach. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber... Ja, ich mache es halt. Schönes grünes Licht. Hier drin ist irgendwie nur Tod und Verderben. Und Dunkelheit. Ja, davon habe ich jetzt alle. Okay, jetzt könnte ich theoretisch wieder nach unten. Ich glaube, ich habe einen von den Artefacken von meinen Menschen. Oh. Auch schön. Nicht, aber Blut und enttornes Flasch. Aber eine Mutter kennt ihr Kind. Soran, Falondin, in a sale, in a ste. Da ist es doch schon. Excellent. Die Wälder funktionieren wieder. Die Wälder funktionieren wieder. Habe ich vielleicht mal alle erwischt? So. Und Blackwall durfte doch noch seine Wand eintreten. Sehr schön. Mann, das ist ja noch voll riesig. Arlethan, Part 2. Habe ich überhaupt Teil 1 schon gelesen? Oh ne, das ist mal dann auch zu lang. Das ist mal echt dann zu lang. Ey, Sackgesicht. Keine Chance. Keine Chance für Sackgesichter. Emerald Graves. Okay, da komme ich wieder raus. Das möchte ich nicht. Lass mich mal kurz checken. Sieht so aus, als hätte ich hier alles. Oh, ne. Dann komm zurück. Dann schnappen wir uns noch die Chamber. Ich komme jetzt da her. Ich komme da her. Ich komme hier überall her, oder? Muss auf... Hier komme ich her. Fast. Aber. Aber, aber. Jetzt war ich gerade da drüben. Ne, das passt. Das ist gut. Von da sind wir gekommen. Ursprünglich. Jawohl. Niemand braucht Leitern. Ja, das frage ich mich auch, lieber Herr Inquisitor. Oder Inquisitor? 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 Ich schaue mich natürlich erst mal außenrum um. Geht's da auch noch mal hoch? Ja, sage mal. Okay, das ist zumindest einfach jetzt. Huh? What? Two extra... Naja, okay. Das brauche ich eh nicht. Jetzt ist mein Inventar schon voll. Kacke. Da haben wir wieder jeden Scheiß aufgenommen. Ah. So, mal. Kann das sein, dass dieses blaue Licht da schwebt? What trickery is this? Huh? What trickery? What trickery? So, hier ist wieder an jeder Ecke so ein Scheißteil. Two emerged within an Eve. As one they fought as one fell. Rin, Ilan, Falundin, Enasal, Renaste. Ja, langsam kann ich das schon auswendig. Hm. Da ist noch eine. Auf einmal. Da, schau her. Enemies. Was haben wir denn da? 15. 15. 15. 15. 15. 15. Was? Low health? Warum? Ein paar so Zombies. So, das war es jetzt aber auch. Gut. Jetzt wird es mal Zeit, die Runde zerkraxeln. Schwupp. Und schon fies mit den kurzen Beinen hier hoch zu hüpfen. Und nun? Take. Du bist witzig. Du bist very witzig. Geht das denn jetzt? Kann ich die Dinger irgendwie ausfahren oder so? Das sind vier so Teile. Also das riecht verdächtig danach, dass man die irgendwie ausfahren kann. Aber es ist ja... Naja gut, dann ist es in der Mitte. Hm. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Irgendwie habe ich das ja gar nicht mehr in Erinnerung. Hm. Ich warte jetzt mal, bis die alle da sind. Dann mache ich mal hier diese Teile an. So, da kommt der glänzende Blackwall. Die Vivian. Mach mal. Okay, so langsam habe ich das Gefühl, dass es notwendig ist, dass ich das mache. Wenn wir jetzt jedes Mal da so Kasperle auftauchen. Na gut, dann haben wir jetzt hier noch zwei. Moment. So, während die hier... Ich wollte es effizient machen. So, ja, perfekt. Keine Chance für euch. Lümmel. Wo haben wir jetzt noch... Ah, da schaut her. Was hätte ich es gerochen? Oh, da ist ein Dicker dabei. Na gut, für dich tue ich mal... ...und heile. Lümmel 15. Ähm, was muss ich drücken? Los, weil der weggesprungen ist. Ist voll die Zeit vergeudet. Ja, komm, das macht ihr selber. So, ja. Ja. Hat aber gar nicht so schlecht ausgeschaut. Vielleicht soll ich doch... ...doch mal... ...tote Leiche, Moment. Kruppshart kann man immer mal brauchen, falls das eigene nicht mehr funktioniert. Was sind wir jetzt hier noch da? Leiter. Loot. Okay, jetzt muss ich aber schnell gucken. Was ich denn vielleicht wegschmeißen kann. Boah, ich habe echt einen Haufen Kack aufgenommen. Okay, ja, pass auf. Ich bin ein Destructionist. Ja, ja, wisst schon. Destructionist. Ein Zerstörer. Falsch, falsch. Geh weg. Jawohl. Okay, take. Uh, sell the histories to the Chantry, return the histories to the Dalish. Ja, das mache ich doch. Elandrin, our brother, Falundin, guide you. Maker, guide you. Let here the truth be kept, lest you be remembered a traitor, or our sorrows seem a passing woe. Though you swore to serve our people, there were those questioning your heart. Scheint ein wenig länger zu sein. Too often had we fought with humans along our borders until the beginning was lost to memory. Rumors of an abduction stirred. As always, their Chantry was swift to spread lies. In haste and anger, they killed Siona's sister for wandering too near the hunter's path. You carried her body back to us. You mourned with us. Yet your heart was distracted. Siona begged for vengeance and you turned away. Oh, das ist mir zu lang. Das ist mir zu lang und ehrlich gesagt auch zu egal. It's an account of Red Crossing. When the elves attacked that town, it prompted the exalted march of the Dales. We should give this to the Dalish. They have a claim to it. This is Chantry history as much as Dalish. There are scholars who would appreciate the value of it. So last, we have nothing to melden, huh? Emerald's Knights. Okay, here's noch ein bisschen a rhyme. Cry for the past, it shall claim us all. For here rest our Saviors, newly slain. Others lie beyond our reach, so we remember. Let the true name burn away and enter Dinan Hanin, the place where glory ends. Andrale, whose song inspired. Zoran, with bow in hand. Siona, who kept the bridge. Talim, who saved the child. Rin, who let them out. Ilan, who kept watch. Elandrin, whom we betrayed. Okay. Ja, dann habe ich jetzt hier ein bisschen was entdeckt. Ein bisschen History gefunden. Also elvische oder kirchliche Geschichte. Ich werde es den Elfen geben. So werde ich das tun. Suche ich noch schnell einen Weg hinaus. Wobei, den Weg suche ich dann mal alleine. Und lass mir mal... Nein. Lass mir mal schnell checken. Journal. Wo müsste ich denn da zum Beispiel hin? Return him. Steht er jetzt nicht genau da. Ja, wird sich dann zeigen, wenn wir wieder draußen sind, hätte ich gesagt. Ja, ich mache jetzt hier Schluss. Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. So, das passt so. Passt das so? Ja, doch so passt das. Ciao. Ciao.